Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafusdime. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Craft the World. So, Pyramidia 2 muss heute dann auch noch weichen. Was fliegt denn hier? Achso, der fliegt hier rum. Oki und auch Doki, sie dürfen nicht raus. Okay, warum habe ich sie nicht rauslassen das letzte Mal? Oh. Seht euch das an, Hochstapler sind hier drin. Hohohohoho. Welch Witz. Naja. Ich habe hier sowas gar nicht mehr fertig gebaut. Na toll. Der ist immer noch am Bogen bauen. Ne, baue ich wenigstens mal einen Bratis. Stellbarren. Und dieses Getrankt, damit das Öl. Ähm, hier. Denn, hier kann ich das ja machen, dass ich hier zuerst Türme hinbaue und erst dann nehme ich diesen scheiß Block weg. Denn dann können diese Türme da auch ein bisschen drauf gefeuern. So. Also jetzt noch ein bisschen warten, bis die Türme fertig sind. Und dann können wir uns diese Bühne-Mide hier auch mal genauer anschauen. Uns da überall reingraben. Dann diese Urne, die noch kaputt machen. Den Boss besägen. Und dann den Sarkophag aufbrechen. Sehr schön. So. Jetzt mache ich das Ganze mal kleiner hier. Und mache ich hier wieder größer. Denn. Ich will. Endlich mal hier reinschauen. Das habe ich, glaube ich, schon vor 30 Folgen gesagt. Das ist das mal tun will. Aber irgendwie nie dran gedacht. So. Und weil es so schön ist, bauen wir dieses ganze Zeug hier einfach mal so. Na, hallo? Kann ich diese Lampe hier da hinten nicht abbauen? So. Das nutzen wir. Und verprügeln den Idioten da auch noch. Oh, oh. Da ist ja auch noch so eine Fall. Die darf ich nicht abbauen, oder? Ach so. Okay, so. Ah, okay. Eigentlich wollte ich dich da jetzt nicht erwischen. Egal. Dötet alles. Entferne Holzfalle. Entferne Bergarbeiterlampe. So. Und dann grabt ihr euch da rüber. Und nehmt das Ding auch noch mit. Und hier grabt ihr euch auch durch. Dann nehmt ihr das mit. Und das hier. Na, mach gleich weiter. Du hast ja die beste Spitzhacke. Mein Freund. Da liegt noch eine Falle. Pantamata. Zack. Ah, der verwandelt da. Ja, habe ich noch genug von diesen... ...in Schnecken verwandt Elixier. Oh, das war jetzt wahrscheinlich das Letzte. Das ist gar nicht so schlecht, dieses Elixier, finde ich. Da bauen wir uns schnell noch ein paar. Ähm, Knochen. Bisschen Schleim. Und zum Schluss etwas Water. Dann, ihr habt's gesehen. Der nutzt das recht häufig. Da muss ich das Ding noch verlängern. So, gibt's hier sonst noch was? Ja, hier ist noch ne schwarze Stelle. Äh, wie machen wir das am blödersten? Von hier runter am besten. So, hier bisschen so rüber. Hier bisschen so rüber. Und dann... ...machen wir hier schon mal ein bisschen an Gerüst rein. So, das müsste doch reichen. Oh, da haben wir gleich mal Köhle. So, dich brauchen wir nicht. So, da drüben wird wahrscheinlich hier nicht sein. Ja. So, geht sich das noch gut aus hier? Super. Nein, da drüben wird gar nichts sein. Ja, dann wird hier wahrscheinlich auch nicht wirklich viel los sein. So. Bis auf das Wasser. Ja, echt schade. So wenig Mitrill hier drin ist. Hm. Kann ich echt nicht verstehen. Wieso das so gemacht wird. Oh. Ja, das war nicht so gut. Da, schlag dein Ding da weg. Ähm, ja. Hier wird jetzt gerade... ...sowieso alles überflutet. Toll. Gut gemacht. Gut gemacht, Mr. Grafus. Aber dadurch, dass das da eh Erde ist, verdampft das ja alles. Monsterwelle kommt auch bald. So. Dann. Da ist auch noch überall Kohle drin. So, dann dürft ihr euer Heim jetzt nicht mehr verlassen. Ihr müsst schnell zurückkommen, denn das sind jetzt wieder diese extremen Monsterwellen. Ja, da kommt ein zweites Portal auch. Drei Portal wieder. Ja, mir müsst ihr hier helfen. So. 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 So, da ist auch mal so. Na. Decker. So, jetzt dürft ihr wieder raus. Da drüben habt ihr eh den Tesla-Turm. Also, wenn die rauskommen, werden sie gleich weggeputzelt. Jawoll. Jawoll. So. Ja. Zum Glück sind sie inzwischen echt gut ausgerüstet. Oh Gott. Oh Gott. Und da wird geschneckt, was das Zeug hält. Jawoll. Ah, zack. Ja. Blöken die denn die Scheiße raus. Oh, wie's aussieht, war's das dann schon? So. Haben wir mal ein paar Schlafen geschickt, die wirklich schon am Rand sind. Ja. Na. Das war's hier schon. Und da drüben. Sehr gut. Alle drei werden locker besiegt. Ha. Naja. War ja auch keine Kunst. Mit diesen gut ausgerüsteten Zwergen. So. Wir werden ein paar neue Fallen bauen. Da schneckt sich einer davon. Ok. Und auch Toki. So. Wo waren das jetzt hier nochmal? Ähm. Ist da noch ein Portal offen? Ne, natürlich nicht. So. Da oben. Ähm. Würde ich auch gerne ein bisschen Licht machen. Hier vielleicht auch. Da ist jetzt eh noch mehr Wasser drin. Nein. So. Jetzt schwimmen da unten die Fische rum. Naja. Sollen sie halt. Wenn sie da durch ihren Spaß haben. So. Okay. Haben wir die Kohle gleich draußen. Da sehe ich eh nichts drin. Ja. Das war's hier auch schon. Toll. Ah. Nein. Da unten ist noch Kohle. Okay. Und hier ist gar nichts mehr drin. Echt super. Echt super. Echt super. Oh. Hier wäre noch eine Vase gewesen. Naja. Eh. Goal. So. Den einen hat er jetzt mal fertig. Dann bauen wir jetzt noch da. Ein paar dazu. Vielleicht kann ich eh nur mehr zwei bauen. Wegen dem Öl. Aber das reicht. Dann habe ich dort eh drei stehen. Ja. Nehmen wir das mal hier rein. Und die Falle nehmen wir mal kurz hier rein. Das kann ich ja dann wieder tauschen. Ist ja nicht so das Problem. So. Hier ist auch noch ein Bett und so. Und der Typ drin. Aber du hast sonst nichts. Okay. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen schwarzen Fleck. Hier. Ja. Da oben ist sowieso nur Eisen. Also da brauche ich gar nicht nachschauen. Eisen, Kohle. Das brauche ich alles nicht. Am ehesten, dass hier vielleicht noch was wäre. Wobei ich mir das ehrlich gesagt aber auch nicht vorstellen kann. Na. So. So. Prügel den dort. Sehr gut. Wie sehen wir hingehen brav und das Licht aufdrehen. Ach, lass doch Jason das machen. Er kann das wenigstens. Jetzt nicht so wie du. Sieben Stück hätten wir wieder. Naja. Das sind gerade noch mal drei Bahnen. So. Ja. Von dem höheren Erz, da könnte man das echt eins zu eins ummünzen. Also ein Erz, ein Bahn. Das bräuchte man nicht. Also auf. Oh. Ja, ich habe es gesehen. Es geht sich nicht einmal aus, dass ich komplett alle Zwerge mit Mitrilrüstung eindecke. Ach, da ist gar nichts mehr drin. Naja. Schade. So. Wo hätte man dann noch weiter unten eine schwarze Stelle? Hier. Wobei ich hier glaube ich auch nicht glaube. Das würde ich hier sehen am Rand. Das einzige was ich hier unten habe, sind diese Splitterchen. Ja. Sieht echt mau aus. Hier. Da würde ich auch am Rand was erkennen. Schade. Eventuell hier noch. Aber da drüben habe ich den scheiß Drachen. Der kann bis da rüber fliegen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber was soll's. Habt ihr schon gesehen. Zack, wenn er rauskommt. So. Baut um blocken. Mit der Drache der nicht rüberkommt. Der wird auch nicht sein. Der ist hier eingesperrt. Der arme Hund der. Aber der Drache könnte jetzt von dieser Seite noch rauf. Naja gut. Bis der das überreist sind wir schon wieder weg. Ja hier ist ja auch nichts. Ich glaube das gibt es echt nicht. So wenig wie drin drin. Irgendwie echt schade. Naja was soll's. Dann kehrt wieder alle zurück nach Hause. Die brauche ich ja nicht. Mitgehen mit der Kamera. Hier in der Nähe dieses Raums ist auch nichts. Vielleicht hier aber das ist eher nur Wasser. Ach hier ist einer gestorben. Aha. Ach scheiße. Der werde ich wahrscheinlich dort eingesperrt haben. Und der Typ ist verhungert oder so. Ah. Okay. Hier ist das. Das wird es gewesen sein. Und ich habe mich schon gewundert. Wie kann es sein. So. Ihr dürft wieder raus. Ja. Hier auch mal kurz die ganzen Bäume weg machen. Und dann. Ach hier baut sich gerade der Wirbelsturm auf. Ach hier werdet's überleben. So. Gut. Bauen wir hier noch schnell die paar Fallen wieder auf. So. Der Turm ist auch fertig. So. Hier die zweite Pyramide. Zwei. Du kannst nicht mehr davor schießen normalerweise oder? Da braucht man trotzdem hin. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Hier. Da müsste sich doch fast ausgehen auch. Dass der auch noch schießt. So. Ach ja. Ich bin ein Held. Sollte ich natürlich da ihnen die Möglichkeit geben, dass sie da hinkommen. So. Sehr schön. Die Türme stehen schon mal. So. Fallen. Äh. Wahrscheinlich wegen dem Wirbelsturm einfach aufgehört. Na gut. Okay. So. Hier. Da drüben weiß ich nicht. Sind die jetzt hier gebaut oder? Ne. Auch nicht. Okay. So. Mach das noch. Wo liegt hier das Problem bitte? Ja. Na dann krieg ich schneller du verdammte Schneckenvieh du. Hack das Ding weg. Na echt schade. Na echt schade. Dass man die Destlatürme oder generell die Bauten nicht mal im Ganzen mehr abbauen kann. Schade. Weil immerhin haben sie das Wissen, dass das zusammenbauen. Also könnten sie es auch irgendwie so machen, dass man das wieder ja abbaut. So. Jetzt bauen wir hier die Fallen her. Ne. So. So. Sobald wir das gemacht haben, macht man dort den Block weg und dann geht dort die Action mal los. So. So. Okay. Drei Fallen fehlen hier noch. Dann schicken wir sie nochmal schnell essen, damit sie da nicht hungernd hin müssen. So. Und dann kommt die letzte Falle daher. Sehr schön. Gut. So. Hier geht mal was beißen. Gibt genug auf den Tisch. Ja. Müsst noch alle Holz schleppen. Ja. Liegt ja nicht mehr viel da. So. Sehr gut. So. Gut. Dann würde ich sagen. Oh. Hier sind wir zu Hause. Dann würde ich sagen. Ähm. Schild. Weiß nicht. Habe ich das schon platziert hier? Wenn nicht suchen wir uns das raus. Schild. 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 Kommst wieder hier hin. Ähm. Statt dem Sog. Ne. Hallo. Nehm ich. Das. Dann müssten sie sich ja da vorne sammeln. Genau. Okidoki. So. So. Dann würde ich sagen. Das soll jetzt mal einer wegbauen. Ich hoffe das kann jetzt trotzdem einer machen. Na ja. Machen wir das mal weg. Ich hoffe ihr bleibt hier. Ah ok. Er kommt schon. Nein. Bleibt jetzt wieder stehen. Das müsst ihr bitte einer wegbauen. Jawoll. Da kommt er schon. Und du ziehst sich dann wieder zurück. Wir. Du hast kein Pfad. Ja nur die Frackel im Weg. Junge. Fahr einfach den scheiß Block ab. Wo ist das Problem jetzt wieder? Boah. Na ist das jetzt echt wieder wahr? Wo liegt das? Jetzt mal ernsthaft. Jungs. Wo ist das Problem? Jetzt stellt euch doch bitte nichts an. Ihr könnt doch sonst auch durch Fackeln gehen. Ach. Ist das Ding wieder zu nah. Wow. Habt ihr das gesehen? Wow. Der Feuerball macht aber viel auf einmal hin. Wow. Ach du Scheiße. Ist dieser Feuerball zauberstark? Ja. Holy Moly. Achso. Sie haben wieder die alten Waffen drin. Wieso denn das? Wieso haben denn nicht alle die Zauberstäbe? Brutzeln ist angesagt. Jungs. Brutzeln. Ach stimmt. Ich hab sie danach wieder umgeändert. Du hast schon. Du auch. Ja. Ihr bekommt leider den Gammel. Oder du bekommst leider den Gammeligen. So. Jetzt müsste jeder einen Zauberstab haben. Ich sagte jeder. Ja. Ähm. Kann ich nicht noch von wenigstens von. Oh. Hier kann ich noch einen herstellen. Ist die was dann. Machen wir das auch noch zur Bahn. Dass ich da allen noch einen besseren gebe. Ach fuck. Ja. Auf sie zu hauen. Wieso kämpfen. Achso. Sie attackieren das Ding jetzt hier. Hallo. Achso. Mensch. Bin ja auch dämlich. Dürfen wir das heimlich verlassen. Ja. Haut wenigstens die kleinen dort. Also das mit diesem Feuerball-Elexie. Das ist ja echt mal ne kranke Scheiße. Da. Mach die Schnecken auch alle hin. So. Genau. Wow. Wie viele kleine kommen denn da jetzt daher? Ja gut. Die Tesla-Türme haben die Feuer alle kaputt gemacht. Das ging echt schnell. Ach nee. Der Typ steht jetzt so weit vorne. Mist verdammt. Ähm. Nein. Moment. Ich muss das ja anders machen. Ich muss ja da direkt einen Zwerg. Äh. Zwerg auswählen. Gut. Schlafen. 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 Alle schlafen. Schicken. Und erst wenn ihr wieder voll ausgeruht seid, geht's wieder weiter dort. Schlafen. Du schläfst schon. Du bist F-voll. Du schläfst auch. Ja. Super. Passt. Gut. Ja. Ähm. Habe ich noch Mana-Tränke? Denn ich habe irgendwie kein Mana mehr. Das ist ja das Portal. Naja. Gott sei Dank. So. 21 Mana wieder. Ja. Meinen Dapfer-Rentswert. Spergeleins. Ruht euch aus. Gut. Der macht hier inzwischen die mitrillbaren. Essen. Gibt's auch Neues auf dem Tisch. Damit's dann nicht heiß. Oh ja. Wir müssen hier hungern oder sonst was. Oh. Da. Seht mal was ich für euch habe. Neues Bier. Ach. Da wachen wir gleich auf aus dem Koma. Sieht das Bier am Tisch? Und zack. Das gibt's ja echt nicht. Oder? Was soll ich dazu sagen? Das ganze Bier weggesoffen. Ich spinnt doch. Wisst ihr das? Ich spinnt. So. Ja. Mach ich das gleich viel länger auf. Oh. Muss hier wieder rauslassen. Ja du Idiot. Du stehst zu weit vorne. Das passt mir gar nicht. Wisst ihr das? Genau. Brutzel sie nieder. So. So. Oh. Ich hab' gesehen wie langsam die Pfeile geflogen sind. Zack. Die Schnecke musst du auch gleich dran rauben. So. Im Prinzip müsstet ihr jetzt die irgendwo dahinten stehen bleiben und angreifen können. Oder? Jawohl. Genau so stelle ich mir das vor. Ja. Ja. Leider sind alle Tüme schon hin. Macht schon. Kraft an. Wieso greifen jetzt nicht alle an? Das muss ich auch schon wieder nicht verstehen oder? Da. Oh man. Jungs. Wieso macht ihr das mit mir? Wieso seid ihr so dämliche Zwerge? Hm. Das Schild ist doch weg hier. Oder? Ja. Jetzt ist es weg. So. Das auch. Na jetzt steht der natürlich wieder so weit vorne. Komm. Bringt wenigstens einen Baum. Denn sein Scheiß macht ja auch so viel Schaden. Ich werde nicht schlau aus euch. Nein. Überhaupt nicht. Es hat schon mal viel besser funktioniert. Das sind dann immer gleich so angeschlagen die Idioten. Boah. Folge wäre auch schon wieder vorbei. Ja. Jetzt steht ihr da unten. Boah. Wie ich euch hasse Jungs. Einfach jeden schlafen schicken. Gar nichts. Schauen was er arbeitet. Oder ob er schon schläft. Soll er doppelt schlafen. Okay. Gut. Ja. Dann werde ich die Folge hier mal wieder beenden. Ich hoffe das haut irgendwie mal richtig hin. Das ist keine Ahnung. Jetzt habe ich eh schon diese Verbotstafel weiter zurückgestellt. Und trotzdem schießt meistens noch einer drauf. Und wenn dann mal alle angreifen. Dann gehen sie so weit vor. Dass er wieder drauf schießt. Das ist echt irgendwie zum Verzweifeln. Ja. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Die zweite Bödemide wird hoffentlich in der nächsten Folge fallen. Ja. Lasst einfach eine Bewertung da. Und schaut in der nächsten Folge auch wieder rein. Also macht's gut. Ciao. Euer Grafos.